Was sollen wir hier sagen? Sollen wir uns den Qadjan hier anschließen und dann sind wir Kuffar? Oder sollen wir uns dem anschließen, was unsere Religion uns als richtiges geboten hat? Wir haben gesagt, der ging immer einen Schritt weiter. Als er gesehen hat, die Leute glauben ihn nicht, dass er Gott ist, dieser Rulam Ahmed Mirza. Dann hat er eine Stufe zurückgestellt und hat dann gesagt, er wäre sozusagen Messias und Mahdi und Prophet. Er hat behauptet, auch der erwartete Mahdi zu sein. Und dann wollen wir prüfen, ob Rulam Ahmed Mirza die Eigenschaften und die Informationen, die uns gegeben wurden, die authentischen über Al-Mahdi, ob sie übereinstimmen. Und an dieser Stelle grüße ich die Schia, vielleicht auch ein bisschen zuhören, Inshallah. Weil der Mahdi von den Schiaen ist jetzt 1200 Jahre in der Höhle und tatsächlich ist da niemand, aber es wird sehr viel Geld in die Höhle hereingetragen. Und nicht der Mahdi nimmt das Geld, sondern die Schia. Na, dann hören wir, welche Eigenschaften hat Al-Mahdi. Der Prophet S.A.W. sagte in einem etwas längeren Hadith, bis er zu der Stelle kam, Diese Überlieferung, liebe Geschwister, hat Sheikh Al-Albani als Sahih klassifiziert. Und zwar geht es hier um, dass wir etwas erfahren, wer ist Al-Mahdi. Der Prophet S.A.W. sagte, es wird dann irgendwann ein Mann geschickt, gesandt, der von mir ist, das heißt, der von meiner Abstammung ist. Oder von der Familie meines Hauses. Von der Familie meines Hauses. Und dieser Mahdi, um genau zu sein, ist von der Linie von Fatima R.A.W. und von Al-Hasan. Er sagte, sein Name von Al-Mahdi, sein Name ist derselbe wie mein Name. Und der Name vom Vater von Mahdi ist wie der Name von meinem Vater. Wie hieß der Prophet Muhammad S.A.W.? Muhammad Ibn Abdillah. Ibn Abdillah. Jetzt gucken wir mal. Oh nein, Mirza Ahmad, passt nicht wirklich. Nee. Abstammung vom Propheten S.A.W.? Nein, aber vom Schaitan. Von den Nachkommen von Schaitan. Name passt nicht. Der Vater hieß Guru Guru von Ahmad Mirza, will keiner wissen. Und interessiert auch niemanden, um ehrlich zu sein. Das heißt, der Name ist schon mal nicht derselbe. So. Dann sagte der Prophet S.A.W. Und die Süberlieferung ist von Abu Sa'id Al-Khudri. Es wird berichtet, dass der Prophet S.A.W. sagte, und diese Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei Al-Hakim in Al-Mustadrak, und Sheikh Al-Albani hat sie als authentisch klassifiziert. Am Ende der Zeit von meiner Umma wird der Mahdi erscheinen. So sagte der Prophet S.A.W. Tayyub. Ahmad Mirza, wann ist er geboren? Was haben wir gesagt? 1836? Ja. Er war schon mal nicht am Ende der Umma. Oder am Ende der Zeit. Es war Zeit, dass er endlich stirbt. Aber es war nicht am Ende der Zeit von der Umma vom Propheten S.A.W. Er sagte, am Ende der Zeit von meiner Umma wird der Mahdi erscheinen. Und Allah wird ihm sozusagen den Regengefüg sein machen. Und die Erde wird Früchte hervorbringen und pflanzen. Und es wird eine Menge an Geld da sein. Es wird viel Geld da sein. Keiner wird vom anderen Geld nehmen wollen. Wenn einer kommt und sagt, brauchst du Geld? Jeder wird sagen, nein. Ein jeder wird genug zu essen und zu trinken haben. Und er sagte S.A.W. Und das Vieh wird viel sein in dieser Umma. Und es wird eine große Bereicherung geben. Er wird für sieben oder acht Jahre regieren. Wallah, dieser Rulam Ahmad Mirza hat nicht einen Tag regiert. Ich weiß nicht mal, ob er zu Hause regieren durfte. Ich glaube nicht, dass seine Frau ihn ernst genommen hat. Aber der tatsächliche Mahdi wird sieben oder acht Jahre regieren. Ein Mann. Ein Mann. Und nichts anderes. Zeit. Dann, liebe Geschwister, um noch eine Eigenschaft vom Mahdi zu nennen. Sagte der Prophet S.A.W. Und die Überlieferung ist von Jabir Ibn Abdullah. Sie ist verzeichnet bei Tabarani in Al-Mu'ajab. Und Abu Ya'la und Imam Ahmad und Sheikh Al-Albani sagt in As-Silsila As-Sahihah, dass sie authentisch ist. So sagt der Prophet S.A.W. Isa S.A.W., der Sohn von Mariam, wird herabgesandt. Das heißt, er wird herunterkommen. So wird er sagen, so wird Al-Mahdi sagen, komm ja Isa. Das heißt, das ist in der Zeit, wo Mahdi da sein wird. Mahdi ist einer von den großen Zeichen. So wird Mahdi in dieser Zeit sagen, komm ja Isa und bete für uns vor. Dann wird Isa A.W. sagen, ihr seid einer des anderen Führers. Eine Ehre für diese Ummah. Und glaubst du wirklich, Mahdi hätte dich vorbeten lassen, wenn du alkoholisiert bist und voller Drogen bist? Was hättest du gelesen? Was hättest du gelesen? Wer würde dich vorbeten lassen? Wallahi, nicht mal hinter dem Iman dürftest du beten. Überall Kuffar dürften nicht in der Reihe von den Muslimen beten. Und daher, liebe Geschwister, hören wir, was das Komitee der Gelehrten gesagt haben. Sie sagten, das, was Mirza Ghulam Ahmad vom Prophetentum und von der Botschaft und Offenbarung behauptete, ist eine klare Verleugnung von dem. Das heißt, von dem, was notwendigerweise von der Religion zu wissen sein muss, was von der Regel definitiv, von der Religion, Affan, definitiv bestätigt wurde, von dem Ende des Prophetentums durch Mohammed Sallallahu Aleyhi Vassalam. Diese Behauptung von Ahmad Mirza, dass er Prophet ist und so weiter und so fort, macht ihn und alle, die mit ihm übereinstimmen, zu Abtrünnigen, die aus dem Islam ausgetreten sind, Kuffar. Diese sind für uns keine Muslime? Definitiv nicht. Schaut mal, subhanallah, wir sind ja für sie Kuffar, weil wir glauben nicht, dass Ahmad Mirza der Prophet ist. Deswegen sind wir für sie Kuffar. Wir sagen, das stimmt, ihr sagt über uns, dass wir Kuffar sind. Das stimmt, das ist bewiesen, dass ihr das sagt. Aber wir sagen mit Recht über euch, dass ihr Kuffar seid. Weil uns hat keiner angehalten, Ahmad Mirza zu folgen. Vielmehr sollten wir Mohammed Sallallahu Aleyhi Vassalam Ibn Abdillah folgen. Wir folgen Mohammed Sallallahu Aleyhi Vassalam. Wir sind Muslime und Alhamdulillah. Möge Allah uns auch zu Gläubigen machen. Aber diese Leute von Ghulam Ahmed Mirza folgen ihm und damit haben sie die Religion verlassen. Die einen behaupten über die und das sagen wir immer, liebe Geschwister. Schaut mal über Ahl-Sunna, was alles behauptet wird. Der und der und der und der und der. Diese Leute, und wir werden das noch oft hören, diese Sekten, über die wir berichten, die Kuffriyat in ihrer Akhide haben Unglaube. Sie sagen über uns, dass wir Kuffar sind. Wobei wir uns an die Regel von Ahl-Sunna halten. Und diese Leute nicht. Aber behaupten kann jeder viel. Zum Schluss aber kommt es darauf an, wer den richtigen Glauben trägt und wer den falschen Glauben trägt. Insofern ist es unter den Gelehrten klar, dass diese Leute, von uns aus gesehen Kuffars, wir dürfen nicht ihr Fleisch essen. Wir dürfen nicht von ihren Frauen heiraten. Im Übrigen nur damit ihr einen kleinen Witz hört. Also das ist jetzt wirklich Wahrheit, aber es ist ein Witz aus unserer Sicht. Bei Qadiyaniya ist es so, sie sagen, sie dürfen nicht, sie dürfen, also die muslimischen Männer dürfen nicht von Qadiyaniya heiraten. Die muslimischen Männer dürfen nicht von Qadiyaniya heiraten, von der Sekte von Qadiyaniya. Aber ein muslimischer Mann von Qadiyaniya darf eine muslimische Frau heiraten, weil er sie als Ahl-Ul-Kitab sieht. Ahmad Mirza. Allah, du hast wirklich viele Drogen genommen. Und manche haben dir nicht gut getan. Ja.